Hi Leute, ich wollte euch heute mal die drei Arten von Menschen vorstellen. Und zwar gibt es einmal die Idioten. Die Idioten, die machen das, was ihnen keinen Spaß macht. Die machen irgendwas und meckern über alles. Dann gibt es zweitens die Menschen, die clever sind, also die cleveren, und die machen das, was sie lieben. Also tu, was du liebst. Auch ein ganz nettes Motto. Und dann gibt es aber noch den dritten Typ. Und der dritte Typ, das ist der Genie. Und der Genie, der macht einfach das, was nötig ist und liebt alles. Der Genie ist einfach glücklich, egal was er macht. Und das ist das, wo du hinkommen solltest. Und das kann man mit ganz einfachen Techniken, die stelle ich dir auf meinem Kanal vor, kannst du immer vorbeischauen. Genau, und die muss man aber täglich machen, das ist wie ein Instrument spielen lernen. Das lernt man nicht, indem man ein Buch liest oder man macht es. Man muss es erfahren, man muss es üben. Genau. Und dazu möchte ich euch anregen. Ansonsten macht es gut, Leute. Ciao.